Schweizerischer Landesender Böromünster Nun hören Sie die beliebte Sendung «Worüber man redet», eine Dienstagsproduktion von Simon Enzler und Dani Ziegler für Radio Böromünster. Jetzt geht es in diese verdammte Kocherei wieder los an der Weihnachten. Nein, das nervt mich jetzt schon. Alle Jahre wieder. Ach du nein, hör mal auf. Wir haben in den letzten Jahren verschiedene Brüten durch Exerzierte, Herrgott. Irgendwann haben wir auch mal einen Troutan gemacht. Ah! Ich kann dir sagen, ich hätte am liebsten einen Backofen mit einem hohen Bogen ins Fenster ausgelaufen. Das war dermassen dreckig. Alles verspritzt, fettig. Was? Nein. Nein. Dann hast du eben das Fett am Backofen und nicht im Troutan. Darum ist er doch so trocken. Eben. Nein. Nein, nein. In diesem Jahr haben wir gesagt, jetzt machen wir ganz nichts Klassisches. Oh ja. Es gibt jetzt ein Ding, äh, Chinoise. Ah ja. Chinoise. Oh ja. Weisst du, dann hast du die ganze Küche, musst du gerne in die Hand sein. Dann hast du den Verlag auf dem Tisch. Ja, natürlich. Ja, dann könntest du dann auch noch Papierteller nehmen. Ja, ja. Dann kannst du den ganzen Kassumpel einfach rausstellen. Richtig. Also das ist eine schnelle Sache. Ja, ja, ja. Nein, wir machen es auch ganz einfach, haben wir gesagt. Wir machen einfach Fondue. Weisst du? Also ohne Chinoise. Also kein Fondue. Ja, aber das Fondue Light gibt es ja jetzt. Ja, hör auf. Fondue Light? Bitte, was soll denn das? Was heisst denn Light jetzt denn da irgendwie? Ist das weniger heiss oder was? Nein, das ist einfach ein bisschen gut. Light ist ja klar. Den Begriff kennst du den. Das ist wegen Zucker. Ah ja. Logisch.